Yo, servus Leute und willkommen zurück hier auf dem Kanal. Und ja, heute 1 gegen 1 Leute gegen den unglaublichen Willy Wonka. Jungs, ich recorde hier ab 5 Kills. Ich habe ihn gerade noch so überreden können, dass er sich Zeit für mich nimmt. Er bekommt ja täglich tausende Anfragen. Naja, ich versuche mal hier Kills zu... Naja, Jungs, ihr macht hier einfach den... Gebt mir einfach die 100er Prezi. Er hat mir auch einen Tipp gegeben, dass die Waffe hier anscheinend gut sein soll. Aber ich kenne die gar nicht. Die heißt irgendwie Remington oder so. Mann! Jungs, ich kann nichts machen. Unglaublich. Und das sieht man wieder, dass er einfach nur... Oh mein Gott, ne. Es ist unglaublich. Willy Wonka. Oh mein Gott. Mann! Hey, du kannst nichts machen. Egal, ich nehme jetzt mal die Waffe hier. Die scheint auch ganz gut zu sein. Ich hoffe, man hört mich laut genug. Oh! Jawoll! Das ist schon mal der erste Kill, Mann. Nice. Easy XP. Und hier ist gleich der zweite Kill, Jungs. Jetzt rassiere ich den Willy, Alter. Jetzt rassiere ich den. Jetzt gibt's gleich Willi, Alter. Willi, du geile Schlange. Oh! Jetzt dreht er durch, Alter. Jetzt dreht er durch. Ich mach das Schild jetzt kaputt, Alter. Bam! 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 Geht nix, Alter. Bam! 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 Boah, er ist einfach nur zu krass für den Board. Oh! Aber habt ihr es gesehen? Sein Blick, Alter. Ging direkt zu meinem Spawner. Der will mich direkt Spawntrappen. Der macht das richtig ernst, der Typ. Oh, ja. Er ist keine Chance, wirklich. Aber ich versuch, möglichst viele Kills zu machen. Ich zeig ihm mal einen neuen Spot. Also, den hat er eben von mir. Den hab ich ihm gezeigt. Aber sonst, die ganzen Spots hat er entworfen. Also, ja, er ist der erste, wo ich sie jemals benutzt hat. Außer den einen, den hab ich ihm gezeigt. Bin ich auch ehrlich gesagt richtig stolz drauf. Hier habt ihr wieder seinen Zoom gesehen. Er muss natürlich dabei sein. Wie bei seinem Quad-Nuklear. Wie bei seiner Quad-Nuklear war der auch dabei, der Zoom. Und er rasiert mich so näher. Das ist unglaublich, der Willi. Unglaublich. Nee, Mann, du kannst nichts machen gegen ihn. Das ist unglaublich. Nimm mal die Ballista. Das ist echt. Vorräte hat er auch schon. Boah. Ich treff ihn einfach nicht. Ja, okay. Ich gönne mir die Vorräte, glaub ich. Oh, nee, Alter. Ich kann ihn aber einfach nicht killen. Und da ist der Kill, Jungs. Oh mein Gott. Okay. Oh, jetzt rasiert er. Jetzt will er auch mit dem Schild auf mich losgehen. Der Frechdachs, Alter. Komm, ich versuche ihn mal zu schilden. Digga, er kippt mir durch Schild. Heißt. Ja, wie, wie. Oh ja, Digga. Man kann einfach gegen seinen Aim nichts machen. Ist einfach nur zu krass. Okay, da hat der Boss mal zugeschlagen. 16, 16 zu 10, meine Freunde. Echt knapper Hase. Unglaublich. Es geht einfach nicht. Oh, da hat der Noroskop geklappt, meine Freunde. Easy XP. Nehmen wir einfach mal so. Versuchen wir ihn mal zu trickshottern. Der Willi ist der Gage. Der Willi ist der Boss. Naja, Jungs. Ich seh, ihr seht ja schon. Willi ist einfach nur zu krass. Er lässt mir jetzt gerade eine Chance, weil er nicht will, dass er mich 30 zu 0 platt macht. Der will ja auch, dass ich weiterhin mit ihm spiele. Okay, jetzt denkt er, ich hack bestimmt, weil es war ja schon unnormal. Also, es war ja schon Willi-Style, ehrlich gesagt. Oh, jetzt könnt ihr mir aber gegeben. Jungs, habt ihr das gesehen, Mann? Der unglaubliche Willi hat wieder zugeschlagen. Oh, Digga, ich drück's weg. Ich wollte Face Willi jetzt anschauen. Mann, Mann, Mann. Nein, Mann. Face Willi wurde getrickshotted. Das ist ja nicht mehr normal. Der Gifree-Sixit eher. Ich könnte ihn mal spawn-trappen. Mal schauen, was er dazu sagt. Scheiße. Bitch. Oh, jetzt auch unter mich. Ah ja, die Quad-Nuklear mit Schockladung, die wollte mir leider auch nicht zur Verfügung stellen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Okay, da haben wir den Willi gequickscoped. Meine Freunde, der Willi ist der Boss. Okay, wie viele Schüsse brauche ich? Eins. Zwei. Drei. Vier. Jetzt harzt der... Willi ist der Boss. Willi ist der Boss. Jetzt nimmt er meine, weil die so fresh aussieht. Komm, Willi. 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 Oh, das hat mir fast 60 gegeben, Alter. Jetzt kommt der... Willi, Willi. Oh, Willi. Warum bist du denn der Boss? Das... Habt ihr die Skills gesehen, Jungs? Oh mein Gott. Oh, nein. Lol, da war eine Schocklage in der Luft, habt ihr es gesehen. Willi ist der Boss. Oh, Willi leckt. Willi ist übrigens Engländer, er hat keine Connection. Scheiße, ihr alle Wunderbar. Ah, hat sich selber getötet. Scheiße, Mann. Oh mein Gott, mein WLAN ist natürlich einfach nur zu. Boss hat für den Willi. Oh! Es schockladen mich. Nein! Er ist so geil. Oh mein Gott, Jungs, guckt euch diese Skills an. Die er aufbringt. Okay, ich hab ihn jetzt unfair gekillt, weil ich hab auch seine Waffe aufgenommen. Natürlich variabler Zoom regelt. Scheiße, er leckt, hä? Ich muss... Ich kann nur mit Leg Switch gegen ihn Kills machen. Also, ich wollte es eigentlich nicht zugeben, aber sonst ist es ein bisschen zu auffällig. Ja, ich... Ich gebe es jetzt einfach zu. Ich kann nur mit Leg Switch gegen ihn Kills machen. Also, sonst ist es wirklich nicht möglich. Es ist einfach so, Jungs. Oh, oh, oh. Jetzt dreht er durch. Jetzt dreht er richtig durch. Scheiße, Mann. Ich bin locker geliefert. Er gibt mir einfach den 360. Habt ihr das gesehen, Jungs? Meine Güte, ey. Oh, ja. Jungs, er hat einfach dieses Skill-Paket inbauen, Alter. Oh, Jungs, er gibt mir einfach schon wieder. Jetzt ist es Ende. Jetzt macht er ernst. Ich merke schon. Ich merke schon, dass er jetzt ernst macht. Komm, Wallbang, wir ihn mit Armbrust. Ich find' so'n Spaß. Easy XP, Willi Wonka, du bist der Geilste, der Willi Wonka. Willi Wonka, Willi Wonka, Willi Wonka, Willi Wonka. Face, Willi, Face, Willi, du bist einfach nur geil. Oh, Jungs, guckt euch die Aufsätze an. Ah, jetzt hackt er. Jetzt macht er die Hacks an. Scheiße. Fuck, ja. Willi ist der Boss. Willi ist der Boss. Oh, jetzt habt ihr die Nate gesehen. MLG-Style. Richtig MLG-Nate, Alter. Eine richtige MLG-Nate hat er mir gegeben, Alter. Das ist aber trotzdem ganz schön knapp für das, dass es Willi ist. Und jetzt der letzte Kill, Jungs. Wird er das wirklich noch schaffen gegen mich? Oh, okay, jetzt kommt's, Jungs. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ich gewinne noch. Oh, oh, ich darf kein Gunfight jetzt verlieren, sonst ist das zu Ende. Okay, jetzt wird's unfair, Jungs. Okay, jetzt nehme ich seine OP, Waffe, kommt schon. Das ist ein richtiger Schwitzer, Jungs. Ihr merkt es schon, was er spielt. Und er gibt mir, Jungs, Willi ist einfach mal der krasseste Spieler weltweit. Jungs, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Kommentar da und haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.